Ich muss jetzt hoffen, den Tanker. Was macht denn Micha da oben? Micha, hast du die Gelehmigung dafür? Bisschen Ruhe, ne? Achso, die Betondinger kann man nicht abmachen. Weil? Auf gar keinen Fall. Da oben seht ihr da links die Flex, da soll der Bär dran, dann wird eine Wunderkerze angemacht und dann soll das so aussehen, als würde der Bär selber flexen. Wie Nicole mit ihrer Skorüften. Felix, mein Finger ist der gut? Oder die Flamme? Klar. Na, der ist da drin im Bild, das wäre genau richtig. Aber dein Arm ist noch ein bisschen drin. Gut, seid ihr bereit? Ruhe bitte! Dann, Nicole bereit? Tja, jetzt zieh ich nur mal ihren Hintern, dann kann ich mal ausmachen.